Sie hören Tödliches Misstrauen von Andrew Howland, gelesen von Martin Cooper, produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Erstes Kapitel 1991 Winter Howard stieg aus dem Wagen, knöpfte die Lederhalterung für seine Waffe auf und gab seinem Kollegen Dick ein Zeichen, ihm zur Haustür zu folgen. Ein unangenehmer Geruch stieg ihm in die Nase, als er der Einfahrt folgte. Die Mülleimer quollen über, ein Rascheln deutete darauf hin, dass es hier Ratten gab. Der Weg war nicht geräumt worden. Vorsichtig ging Howard bis zur Haustür weiter. Der Sozialbau ragte trostlos vor ihnen auf. Graffiti schmückten die Hauswände. Es war früh dunkel geworden. Eisiger Wind kündigte Schnee an. Der Notruf war von einer Nachbarin gekommen, die wegen anhaltenden Babygeschreis im Nachbarhaus angerufen hatte. Ich beschwere mich normalerweise nicht so schnell bei der Polizei, hatte sie am Telefon gesagt. Aber ich glaube, da ist etwas nicht in Ordnung. Ich bin so erzogen worden, nicht wegzusehen. Bei diesen Eltern mache ich mir aber wirklich große Sorgen. Ma'am, ist das ein Notfall? Natürlich ist es das. Worum geht es? Das Baby schreit seit Stunden. Da stimmt etwas nicht. Howard hatte die Adresse von seinem Einsatzleiter durchgegeben bekommen. Er war seit mehreren Stunden im Dienst, würde vermutlich erst in der Nacht nach Hause kommen. Niemand wartete dort auf ihn, also war es egal. Zwei, sieben, drei A. Jungs! Howard stellten sich die Nackenhaare auf. Vernachlässigung eines Kindes. Die Adresse kenne ich, sagte er zu Dick, der an einem Becher Kaffee aus dem Fastfood-Restaurant nippte. Die Meyers, sagte Dick. Warum schaffen wir es nicht, dem Mann das Baby wegzunehmen? Howard biss sich auf die Lippe, hatte den Auftrag angenommen und wendete den Wagen auf dem Parkplatz. John Meyer hat seine Frau bei der Geburt verloren. Er tut sein Möglichstes, um für seinen Nachwuchs zu sorgen. Howard äffte die Frau vom Jugendamt nach. Dick verzog die Lippen zu einem gequälten Lächeln. Howard war noch nicht lange auf Streife. Eigentlich arbeitete er hart für seine Beförderung zum Detektiv, in der Hoffnung, dass Fälle wie dieser für ihn schnell zur Vergangenheit gehörten. Sein Ziel war es, Täter rascher aus dem Verkehr zu ziehen. Es lag ihm schwer im Magen, dass Männer wie John Meyer ihre Babys nicht weggenommen bekamen. Täter wie er waren plötzlich die Opfer. Das machte ihn wütend. Unendlich wütend. Sein Chief belächelte seinen jugendlichen Enthusiasmus, aber für Howard war klar, dass er diesen Ehrgeiz niemals ablegen würde. MPDC, öffne die Tür, John! Aus dem Inneren drang Babygeschrei nach außen. Howard klopfte an die Tür, die ein Stück aufging. John Meyer? Ja! Bist du da drin? Dick knöpfte wie Howard die Halterung an seinem Hosenbund auf und entsicherte seine Waffe. Howard gab ihm ein Zeichen, dass er die Tür aufschieben sollte. Dick nickte. Die Hand lag an seiner Pistole. Wir betreten nun das Apartment, John! Howard wartete ein paar Sekunden, ob sich tatsächlich nichts rührte, und schob die Tür auf. Fliegen stoben ihm entgegen. Der Geruch, der hinter ihnen herausströmte, haute Howard um. Eine Mischung aus vergammeltem Fleisch, altem Urin und Alkohol. Hochprozentig. Fuck, murmelte er. Er bedeutete Dick, dass er reinging. Das Geschrei des Säuglings wurde lauter. Howard nahm die Taschenlampe aus dem Gürtel, legte sie über die rechte Hand und leuchtete in den Flur. Es war dunkel. Er betätigte den Lichtschalter, doch nichts passierte. Mehrere Fliegen setzten sich auf seine Nase und Mund. Der Geruch wurde intensiver. Howard schmeckte ihn im Rachen. Dick war ihm dicht auf den Fersen. Der Strahl der Lampe flackerte in den Flur bis zum Ende, von dem zwei Türen abgingen. Eine rechts, eine links. Howard machte sich auf das Schlimmste gefasst. Er erwartete jeden Moment, auf Johns Leiche zu treffen. Der Sozialbau, in dem er wohnte, lag mitten in den Slums Washingtons. Es war ein kleines Apartment mit drei Zimmern, Küche und Bad. Links ging es ins Wohnzimmer und die Küche. Rechts vom Flur befand sich das Schlafzimmer und eine Kammer, in der das Baby schlief. Howard konnte noch nicht lokalisieren, woher das Gebrüll kam. Jeder seiner Schritte schreckte einen Fliegenschwarm auf. Es war stickig, obwohl es draußen eiskalt war. Dick stöhnte gequält auf. Howard ging es ähnlich. Sein Magen rebellierte. Es würde Tage dauern, bis er den Geruch aus der Nase bekam. Angespannt setzte er einen Fuß vor den anderen, folgte dem Lichtkegel der Taschenlampe. Das Geschrei war mittlerweile so laut, dass Howard das Gefühl hatte, der Säugling müsste irgendwo auf dem Flur in der Nähe liegen. »Wo zum Teufel ist das Baby?«, murmelte Dick, der ebenfalls mit seiner Taschenlampe über den Boden leuchtete. Howard zog scharf die Luft ein, als er auf etwas Weiches trat. Er richtete die Taschenlampe zu seinen Füßen und entdeckte eine volle Windel. Ein Schwarm Fliegen stob wild in die Luft. Das Summen in Howard's Ohren nahm zu. Er deutete nach links. Dick sollte rechts suchen. Im Wohnzimmer brauchten seine Augen einen Moment, bis sie sich an die neuen Lichtverhältnisse gewöhnt hatten. Etwas Licht von den Straßenlaternen fiel durch ein Fenster. Auch hier betätigte er den Schalter, doch es ging keine Lampe an. Das übliche Sirren von Elektrogeräten fehlte völlig. Offensichtlich hatte John seine Stromrechnung länger nicht bezahlt. Etwas lief Howard über den Fuß. Er wollte nicht wissen, was es war, sondern suchte systematisch nach einem Menschen, der irgendwo herumlag und verantwortlich für diesen Geruch und die Fliegen war. Schließlich erfasste der Lichtkegel seiner Taschenlampe einen Körper. Er lag zusammengerollt auf der Couch. Das Gesicht in Howard's Richtung. Der Mund war offen. Etwas, das aussah wie flüssiger Kleber, lief ihm über das Kinn und tropfte auf den Boden. John atmete. Er schnarchte sogar leise. Howard stieß ihn mit der Fußspitze an. John, steh auf! John rührte sich nicht. Nicht einmal ein Schnauben entkam ihm. Sein Arm hing die Sitzfläche hinab. Er trug ein schmutziges Feinrippunterhemd und eine Jogginghose. In seiner Armbeuge steckte eine Spritze mit einer dunklen Flüssigkeit. Ein dünnes Rinnsalblut lief an der Nadel entlang und zeichnete ein wildes Muster auf den Unterarm. Fliegen landeten im Blut. Howard musste einen Würgereiz unterdrücken. Scheiße! Verfluchte Kacke! Howard, du solltest sofort herkommen! Dicks Stimme kam aus dem Flur und überschlug sich leicht. Das Geschrei des Babys war lauter geworden. Dick musste es gefunden haben. Howard zog sich der Magen zusammen. In seinem Nacken kribbelte es. Er hastete aus dem Wohnzimmer in den Flur. Dick stand vor einem Wandschrank, starrte hinein. Der Lichtkegel der Taschenlampe bewegte sich zitternd auf und ab. Howard schluckte und wandte sich zum Schrank. Sie hatten das Baby gefunden. Ach du Scheiße! Murmelte er und ließ die Taschenlampe fallen. Zweites Kapitel Sitzung 2004 An was ich mich erinnere 4. Juli 1995 Dienstag Es war ein heißer Sommertag, als etwas passierte, das mein Leben für immer verändern sollte. Ich war vier Jahre alt. In ein paar Tagen würden Tom und ich Geburtstag haben. Ich kann mich noch so gut erinnern, was damals passiert ist, weil ich in dieser Sommernacht fast gestorben wäre. Und weil ich eine neue Familie gefunden habe. Schon damals war Tom ein Arschloch. Ich hatte Angst vor ihm, weil er mein böser Zwilling war und weil er kleine Tiere gequält hat. Und manchmal auch mich. Angefangen hat er mit Ameisen, die er langsam mit einer Lupe in der Sonne verbrutzeln ließ. Später fing er Eichhörnchen und zerschlug sie mit einem Stein. Wenn ich ihn dabei beobachtete, hielt er das zermatschte und manchmal noch zuckende Tier in die Höhe und sagte, »Wer, du verrätst mich!« Ich habe nicht gepetzt, denn ich wusste, Tom würde zur Strafe mich quälen. Es gab eine Zeit, da habe ich mich nicht getraut, einzuschlafen, weil ich mich nicht... ... ... Vielen Dank.